Am 28. Mai startet, sind bereits jetzt schon tausende GTI-Gäste in Kärnten. Doch warum wird das inoffizielle Treffen vor dem Treffen immer beliebter? Ja, weil wir eigentlich immer vor dem eigentlichen Treffen kommen, zwei Wochen vorher, weil wir persönlich finden, dass die Qualität von den Fahrzeugen wesentlich höher ist und weil wir eigentlich eher gegen den Parlamentourismus beim Treffen sind, wobei man heuer sagen muss, dass leider auch schon viele gekommen sind, die eigentlich erst in zwei Wochen kommen hätten sollen. Naja, das heißt, dass, ich sage nur die Sprichwörter, geb Gomi, lass knallen oder sonst irgendwas. Woke up half-dress, still buzzin' Text said, I keep it 100. Fuck my boss, textin' mine coming. Keep, keep, keep it 100. Like another one, I stay blundin'. Text ten dimes, yeah, I kept it 100. You know another night's coming. You know another night's coming. Yeah, keep it 100. 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 wut